Norddeutscher Rundfunk 2021 So, jetzt geht's dann los, Bruno. Jetzt schalten wir dann die Kamera ein. Was machen wir eigentlich heute? Heute zeigen wir mal, wie man filmt. Heute kann ja jeder Double selber filmen. Aber die meisten scheitern ja schon beim Einschalten der Kamera. Ja, aber die Kamera läuft doch schon. Nein, nein, das schalten wir erst nach dem Einschalten. Weisst du, Bruno, das Durchschnittsalter des Schweizer Fernsehzuschauen ist 65. Das heisst ja nicht immer sonst SRF. Schweizer Rentnerfernsehen. Weisst du, und die alten hier, die haben es nicht so drauf mit der Technik. Aber die Kamera, die läuft doch schon. Nein, sie läuft nicht, Bruno. Glaub mir's, bitte. Für, für, für wer machen wir eigentlich den Film da? Ja, für die Hobbyklonsendung. Kommen die aus dem Labor. Muss man die kennen? Nein, muss man nicht. Man muss nur sterben, Bruno. Wieso machen Sie eigentlich nicht den Moderator? Frag ich mich ja schon lange. Ich hätte ja das Know-how dazu. Ich bring doch alles mit. Nicht nur vom Humor her, Bruno. Auch technisch hätte ich es drauf. Aber die Kamera da, die Blinktrott, läuft denn jetzt da nicht? Bruno, laufst du bei Rot über die Strasse? He? Nein, bei Grün. Bei Grün läuft es. So, Bruno, jetzt fangen wir an. Ich erkläre die Kamera. Und du bist dann der Durchschnitts-SRF-Zuschauer. Weisst du, der richtige Strau-Dummi-Hagel. Kreuz-Dum. So, wie es halt sind. Ja, aber das sagen sie dir nicht vor der Kamera. Du spinnst. Nein, du willst ja weg vom Fenster. Ja, du willst ja weg vom Fenster. So. Also. Wo ist der letzte Video? So. Kamerau. Lauf. So. So.